Die UN hat heute aufgerufen, dass die Federal Reserve, die US-amerikanischen Notenbanken, ihre Interest Rate aufhören soll, nach oben zu schrauben. Das ist Wahnsinn. Wisst ihr, was wir gerade für eine Situation haben? Die Amerikaner saugen gerade alle Fiat-Währungen auf. Alles. Und wir stehen gerade vor einer riesen Katastrophe. Weil alle Märkte jetzt anfangen zu scheitern. Weil wenn das Geld abgehärtet wird und du eine Wirtschaft hast, die nur darauf basiert, dass sie durch gehebeltes Wetten auf dauerhaft steigende Kurse gesetzt hat, ja, wenn diese Kurse aufhören zu steigen, dann hast du ein Problem. Dann kollabiert hier alles. Das ist die Katastrophe, vor der wir gerade stehen. Das ganze Finanzsystem brückelt. Wie gesagt, wir haben jetzt letztens hier diese ganze Situation mit den britischen Staatsanleihen gehabt, mit dem Retten der Pensionskassen und so weiter, ja, Pensionsfonds. Also katastrophal, was hier gerade abgeht. Und es ist unglaublich. Und ja, ganz wichtig, Geld drucken, ja, weil ganz viele immer, wenn sie aus einem ökonomischen Aspekt das Gelddrucken hören, immer sagen, ja, das wird aber nicht gedruckt und so einfach läuft das nicht und so. Ja, ist richtig. Ja, in Wirklichkeit passiert Folgendes. Der Staat gibt Staatsanleihen raus. So, jetzt muss er Leute haben, die die Staatsanleihen kaufen, dann hat der Staat de facto Geld. Das Geld kann er jetzt einsetzen, um eine Bank zu retten. Ja, weil keiner diese Staatsanleihen kauft, macht das meistens, ja, schon ein paar, aber die meisten Staatsanleihen werden deswegen von den Zentralbanken gekauft. Federal Reserve, EZB und so weiter. Ja, so gibt man einem Land wie Italien dann beispielsweise Geld. Oder einem Land wie Deutschland, ja, dann geht eben die EZB hin und kauft deutsche Staatsanleihen. Deutschland hat auf einmal Geld, kann das Geld investieren. So, und woher nimmt die EZB das Geld, um diese Staatsanleihen zu kaufen? Genau, diese werden aus dem Nichts erzeugt. Also dieses Geld. Ja, das wird einfach, ja, auf dem Konto erzeugt, wups, Staatsanleihen gekauft, Land ist liquide. Und deswegen, im Endeffekt ist es Gelddrucken. Ja, auch wenn da super viel Prozess ist und drumherum und alles schön, ja, für den Laien nicht verständlich am Ende. Und deswegen kann man das umgangssprachlich schon so sagen, ist das Gelddrucken, was sie machen. Und sie drucken Geld, um ihre eigenen Fehler aufzufangen, ihr Zocken aufzufangen, erzeugt durchs Gelddrucken, ja. Weil dadurch, dass wir das Geld entwerten, wir gezwungen werden zu zocken, weil nichts anderes sich noch lohnt am Markt, ja. Ehrliche Arbeit, pff, damit kannst du kaum noch leben. Ja, wie viele Stunden sollen wir irgendwann arbeiten gehen, um das aufzufangen, was gerade an Kosten auf uns zukommt? Das heißt, das System muss immer mehr Geld in den Markt reindrucken, um irgendwo die Kosten wieder zu senken und dann gehen woanders Kosten hoch. Das ist eine Katastrophe. Das ist der Grund, warum wir Bitcoin haben. Das ist genau das, was Satoshi Nakamoto damals hier geschrieben hat, ja. Das wollte er im allerersten Bitcoin-Blog uns sagen, ja. Darauf hat er uns hingewiesen, auf diese Situation, auf diese Katastrophe, die wir gerade sehen. Und das war die damalige Katastrophe. Die jetzige ist viel, viel schlimmer. Wirklich, wenn wir uns das hier, wenn wir uns diese Geldmengenausweitung hier anschauen, hier, Leute, das hier war die Finanzkrise 2008, ja. Hier. Das war vorher schon krass. Seht ihr das hier, wie das hochging? Ja, dann kam hier die Finanzkrise. Dann hatten wir auch so einen Spike nach oben, ja. Stellt euch einfach vor, ihr zoomen das hier mal weg, ja. Und seid nur in diesem Zustand. Dann sieht dieser Spike ähnlich aus wie das hier. Nicht ganz so steil, aber ähnlich. Das war auch so. Ein so ein Hüps, einmal so nach oben, ja. Aber das, was wir jetzt sehen, also wir sind an einem Zustand angekommen, der ist katastrophal. Und am Ende heißt das eins, das hier muss runter, sonst kollabiert die Welt. Und das können auch die Amis sich nicht leisten. Da gewinnen die Amis auch nichts durch. Wenn alles um denen herum scheitert, kauft auch keiner mehr amerikanische Produkte und handelt mit den Amis und, und, und. Also im Endeffekt heißt das jetzt Folgendes. Das hier, dass hier diese Geldmengenausweitung stagniert ist oder sogar teilweise leicht zurückgegangen ist. Wir machen das mal hier auf so eine Einjahressicht. Ja, dass es hier wieder leicht runtergegangen ist. Das ist ein temporärer Zustand. Das können die jetzt nicht länger aushalten. Dann kollabiert die Wirtschaft. Diese ganze zombifizierte Wirtschaft, die wir erzeugt haben, ja. Diese riesen, hochverschuldeten Unternehmen und so weiter und Banken und, 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 und. Das muss irgendwie mit frischem Geld versorgt werden, sonst bricht unser System in zwei. Das heißt, das Spiel geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ja, es geht immer weiter. Und das Gute ist, wenn ihr ein Bitcoin kauft, dann verspricht euch niemand, dass ihr irgendwann mehr Dollar für eure Bitcoin bekommt. Ja, das ist, das könnt ihr euch vielleicht ausrechnen oder so oder darauf hoffen, ja, dafür beten von mir aus. Aber das, was ihr bei Bitcoin wirklich bekommt und darum geht es, ja, das Versprechen, was ihr mit, mit einem Kauf von Bitcoin tätigt oder was, was Bitcoin euch gibt, dieses Netzwerk. Das Versprechen ist, es sind eure Regeln. Ihr betreibt das Netzwerk. Eure Regeln. Und wenn ihr ein Fragment von 21 Millionen Stück kauft und ihr braucht keinen ganzen kaufen, ja, man kann auch einen halben, einen Viertel, einen Hundertstel, einen Tausendstel, einen Hundertmillionenstel Bitcoin kann man kaufen. Ja gut, ein Satoshi ist dann schon sehr wenig. Aber man kann, man kann super kleine Fragmente holen. Und dieses Verhältnis von diesem Fragment zu dem maximal 21 Millionen Stück, das verändert sich nicht mehr. Darum geht es. Das ist das Versprechen, was Bitcoin euch gibt. Bitcoin verspricht euch ein Geld, wo das hier nicht möglich ist. Wo diese Geldmengenausweitung nicht möglich ist. Bitcoin verspricht euch ein Geld, auf das ihr jederzeit Zugriff habt. Das ist alles. Die logischen Konsequenzen daraus müsst ihr euch selber ausmalen. Ja, was das dann jemandem wert ist und keine Ahnung. Das könnt ihr selber ausrechnen und euch ausmalen. Was Bitcoin euch gibt, ist einfach nur das Versprechen, in dieses Geld greift keine zentrale Macht ein. Deswegen gibt es Bitcoin. Das ist der einzige Grund. Satoshi Nakamoto wollte eine Dystopie verändern, in der zentrale Parteien, zentrale Mächte, unser aller Geld kontrollieren. Geld ist das Fundament der Gesellschaft. Wenn du das Geld kontrollierst, kontrollierst du jeden Menschen. Geld ist Macht. Und das ist der Punkt. Das ist das Fundament. Damit funktioniert jede Gesellschaft. Und deswegen ist Bitcoin so wichtig. Für uns als Gesellschaft. Um diese Situation zu verhindern. Und wir können weiter das Fiat-System betreiben und machen. Und können nebenbei für uns ein zusätzliches System aufbauen. Bitcoin. Und wenn das eine scheitert, ist das andere da. Und so sieht es aus. Und alleine das hier, was ich euch gerade gezeigt habe hier, dass die UN jetzt wirklich die Federal Reserve dazu aufruft, aufzuhören, den Zins zu heben, das zeigt schon, wie ernst die Lage ist. Und ich sage euch, die werden so viel Geld drucken, es wird alle so teuer werden. Und am Ende nehmen sie euch immer mehr Kaufkraft und damit Entscheidung. In einem Marktsystem. Wenn euch ein Produkt von einem Hersteller nicht gefällt, was ist eure Wahl? Eure Wahl ist, diesem Hersteller kein Geld zu geben. Das Produkt nicht zu kaufen. Das ist eure Wahl. Eure individuelle Wahl. Ihr entscheidet, welche Unternehmen groß werden und welche nicht. Indem ihr Produkte kauft oder auch nicht. Aber nur in einer Welt, wo Unternehmen nicht von zentraler Geldschöpfung partizipieren. Die Unternehmen werden immer mächtiger und mächtiger, obwohl sie teilweise 9 Milliarden Gewinn im Jahr machen und dafür auf der anderen Seite 200 Milliarden Schulden haben. Ja, das ist doch dann kein Gewinn. Das ist nur weniger Schulden. Und selbst die Schulden steigen schneller an als der Gewinn pro Jahr. Das ist völlig surreal. Das heißt, ohne dass ihr euch für einen aktiven Kauf entscheidet, werden diese Unternehmen mächtiger. Dabei sollte das doch eure Kraft sein. Mit meinem Geld entscheide ich, wem gebe ich meine Kaufkraft. Und das mache ich nur, wenn mir das Produkt gefällt. Diese Wahl, diese Entscheidungskraft wird euch genommen. Wir leben in einem demokratischen System, was kein demokratisches Geld hat. Wann habt ihr das letzte Mal wirklich bei einer politischen Wahl entscheiden können, was mit unserem Geld passiert? Wie viel Geld erstellt wird? Wer gerettet wird? Wer spekulieren darf und wer nicht? Wer Kredite kriegt und wer nicht? Ihr habt keine Wahl über euer Geld. Das ist das Problem. Wie soll ein demokratisches System dauerhaft demokratisch funktionieren, wenn wir ein Geld haben, was uns keine Wahl lässt? Das kann nicht funktionieren. Das ist ein innerentes Problem. Wir brauchen ein Geld, was jedem Menschen jederzeit die Wahl lässt, wie das Geld aussehen soll und die Wahl lässt, was er mit seinem Geld macht. Wenn wir Politiker haben wollen, die für uns politische Entscheidungen treffen, ja, dann müssen die unser Geld bekommen. Dann muss ein Politiker gute Entscheidungen treffen, dann kriegt er mein Geld. Trifft er schlechte Entscheidungen, verzockt er mein Geld, dann hat er einmal Geld bekommen und dann nicht nochmal. Dann ist er handlungsunfähig. Dann kann die Politik nichts machen. Die Politik ist nur so lange immer weiter handlungsfähig, solange sie unendlich lange Geld drucken können. Sie können euch einfach jede Kaufkraft vom Konto wegdrucken und damit handeln. Wann ist der letzte Politiker zurückgetreten, weil er Scheiße gebaut hat? Kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Wir sitzen so in der Tinte mit dem Geldsystem, was wir heute haben. Es gibt keine Konsequenzen mehr für niemanden, der das hier lenkt und steuert und sonst was. Die können alle machen, was sie wollen. Die haben gar keine Hemmungen mehr. Und die fahren den Karren immer weiter in den Dreck rein. Und Bitcoin ist einfach nur die Entscheidung, in ein anderes Geldsystem zu wechseln, nach anderen Regeln zu spielen. Das ist alles. Das ist das, was Bitcoin euch gibt. Bitcoin verspricht euch nicht mehr, von diesem komischen Euro und Dollar zu bekommen. Das ist das Geld, womit die zocken und so weiter. Geld, was auf euer Vertrauen angewiesen ist. Ist Bitcoin auch. Aber bei dem anderen Geld müsst ihr irgendwelchen zentralen Instituten vertrauen, die hoffentlich mit dem Geld alles Richtige anstellen. Bei Bitcoin braucht ihr niemandem Vertrauen. Don't trust, verify ist der Leitspruch von Bitcoin. Ihr könnt jede Transaktion selber verifizieren, überprüfen. Das ist die Power, die ihr habt. Das ist die Power, die wir haben. Das ist die strahlende Zukunft aus dieser dystopischen Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ich bin so froh, dass wir Bitcoin haben. Stellt euch mal vor, wir säßen in dieser Situation und hätten keinen Bitcoin. Stellt euch mal vor, es gäbe keine Alternative. Es gäbe keinen Ausweg. Was würden wir denn da machen? Wir müssten diesem Geld vertrauen. Für mich, und da bin ich ganz ehrlich, ist das ein Trauerspiel. Mir tut es fast nicht mehr weh, weil die Alternative so gut ist, so schön ist. Und diese Alternative hätten wir nicht bekommen, wenn unser Geld funktioniert hätte. Und wisst ihr, die Cypherpunks, das was Satoshi Nakamoto war, ja? Die Cypherpunks haben sich in einer zunehmend digitalen Welt darum Gedanken gemacht, was passiert, wenn alles Handeln, was die Menschen im Internet tun, von zentralen Services erfasst wird. In einer Welt, wo digitale Strukturen, Computer so leistungsfähig werden, jeden digitalen Schritt, den wir machen, zu speichern und später auswertbar zu machen. Eine Dystopie. Ähnlich wie George Owls 1984, Big Brother is watching you, überall ist das System. Und es haben Gesetze gedroht. Die Amerikaner wollten Verschlüsselungen im Internet verbieten. Verschlüsselungen, die eben außerhalb des staatlichen Zugriffs gestanden hätten. Das heißt, es wäre verboten gewesen, eine Mail verschlüsselt, eine Nachricht verschlüsselt zu verschicken, mit einem Verschlüsselungsstandard, den das Staatssystem nicht entschlüsseln kann. Das wäre verboten gewesen. Dass wir heute verschlüsselte Internetkommunikation haben, war Erfolg der Cypherpunks. Die haben dafür gekämpft. Das ist deren Mandat. Die Cypherpunks sind Freiheitskämpfer, Kämpfer für unsere Privatsphäre. Da kommt Satoshi her. Die Cypherpunks haben irgendwann verstanden, dass unsere Kommunikation im Internet der eine Punkt ist, aber noch viel, viel dystopischer ist, wenn jemand das gesamte Geldsystem kontrolliert. Weil Geld ist das Fundament der Gesellschaft. Und das würde bedeuten, eine Partei kontrolliert jedes Handeln, was Menschen miteinander machen, was eben nicht sofort unter Freunden oder im familiären Rahmen oder so passiert. Also alles, was Menschen miteinander austauschen, läuft über Geld. Alles. Das heißt, wer das Geld kontrolliert aus zentraler Stelle, der hat die unendliche Macht. Wenn wir eine Art digitale Zentralbankwährung bekommen würden, wo jeder Mensch über den Server einer Zentralbank läuft, mit seinem menschlichen Handeln, dann leben wir in einer absoluten Dystopie. Dann sind wir komplett kontrollierbar. Da gibt es keinen Weg mehr raus. Und diese Cypherpunks haben diese Gefahr gesehen. Und es gab mehrere Versuche, ein Geld zu implementieren, was diesen Privatsphäre Möglichkeiten für die Menschen bietet. Und da war sowas wie zum Beispiel Be Money von Vaidai. Und alle diese Versuche sind gescheitert. Und wisst ihr, warum diese ganzen Versuche gescheitert sind? Weil das Geld keinen ökonomischen Anreiz hatte. Den Leuten war es egal, ob es privat ist oder nicht. Weil die diesen langfristigen Schaden gar nicht verstanden und gar nicht gesehen haben. Den Menschen war das egal. Es gab keinen Grund, Be Money von Vaidai zu nutzen. Warum soll ich heute Bargeld benutzen? Ja, wegen der Privatsphäre. Ja, juckt niemand. Das digitale Geld funktioniert besser, schneller. Und dann kam Satoshi Nakamoto. Und hat in den Mailinglisten dieser Cypherpunks eine Idee geteilt. Das Bitcoin-White-Paper. Und bei diesem White-Paper ging es darum, ein Geld zu erzeugen, was die höchsten ökonomischen Anreize auf dieser Welt hat. Ein Gut zu erzeugen, was mehr ökonomischen Anreize hat als alles andere auf der Welt. Dieses Gut heißt Bitcoin. Bitcoin ist erfolgreich, weil es mit der Gier der Menschen spielt. Weil es das knappste Gut ist. Weil es am Ende bedeutet, dass sich nichts Bitcoin entziehen kann. Nichts. Bitcoin ist die Wette auf die Knappheit. Auf eine wirkliche Knappheit, die keiner mehr aufspringt. Auf eine Knappheit, die überprüfbar ist. Wir wissen, es gibt eine Mona Lisa. Hoffentlich. Vielleicht gibt es tausende Fälschungen, die so gut ist, dass nicht mal ein Experte das feststellen kann. Und selbst wenn es die alle gibt, wie wollen wir damit digital handeln? Es gibt kein so knappes Gut wie Bitcoin. Bitcoin ist knapp. Es gibt nicht mehr als 21 Millionen Stück. Oder wird es niemals geben. Und es ist überprüfbar. Und diese Besonderheit heißt, alles andere dehnt sich aus. Bitcoin hat den höchsten ökonomischen Anreiz. Das hat Satoshi verstanden. Und Satoshi war beeinflusst von der österreichischen Ökonomielehre. Eine Ökonomielehre, die entgegengesetzt zu unserer Ökonomielehre einfach sagt, du kannst nicht für viele Millionen Menschen, für viele Milliarden Menschen die Märkte planen, den richtigen Unternehmen Geld geben, in der Hoffnung, dass die richtigen Produkte gebaut werden und die Leute wirklich diese Produkte wollen. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Die österreichische Ökonomielehre sagt einfach, Menschen handeln individuell. Weil jeder Mensch steht morgens auf und überlegt sich, jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich Durst, jetzt möchte ich Gameboy spielen, jetzt möchte ich ins Kino gehen, jetzt möchte ich arbeiten gehen. Oder jetzt muss ich arbeiten gehen, um mir diese Dinge zu ermöglichen. Das ist das individuelle Handeln. Das ist, was im Kern die österreichische Ökonomielehre versucht klarzumachen. Dass jeder Mensch individuell handelt und dass danach die Märkte definieren. Weil wenn ich einen Anspruch habe an ein Produkt, weil ich es kaufen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, über diesen Kauf mein Interesse an diesem Produkt zu setzen, dem Unternehmen, was das Produkt gebaut hat, Liquidität zu geben. Dass es mehr solche Produkte baut, die mich interessieren. Und dann hast du eine Wirtschaft, eine Ökonomie. Das hat Satoshi verstanden. Und deswegen ist Bitcoin nach den Regeln entstanden, die Bitcoin hat. Und zwar als knappstes Gut überhaupt. Ein Gut, was jedes Individuum früher oder später in diesen Interessensbereich zieht. Deswegen ist Bitcoin erfolgreich. Und deswegen sind alle anderen Versuche der Cypherpunks, ein privates Geld zu implementieren, nicht erfolgreich gewesen. Bitcoin ist dafür da, uns vor einer absoluten, totalitären Dystopie zu schützen. Einer Dystopie gesteuert von zentralen Instituten, von zentralen Machthabern, von, ja, zentralen Geldmonopolen. Es geht hier nicht darum, voll das schlaue Investment zu machen, um in Zukunft noch mehr Dollar oder Euro auf dem Konto zu haben. Das ist der Grund, warum viele zu Bitcoin kommen. Ja, natürlich. Aber glaubt mir, so viele Menschen kommen aus diesem Grund zu Bitcoin und bleiben, weil sie verstehen, dass Bitcoin eine komplett neue, schönere Welt für uns zur Verfügung stellen kann. Eine Welt, in der wir ein Geld haben, was dadurch entsteht, dass wir freiheitlich uns dafür entscheiden. Und nicht dadurch entsteht, dass eine zentrale Macht uns vorgibt, was wir zu tun haben und was nicht. Und wer am Markt bestehen kann und wer nicht. Bitcoin ist Hoffnung, Bitcoin ist Freiheit. Das ist das, was Bitcoin uns gibt. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Deswegen sind die Kurse auch so egal für überzeugte Bitcoiner. Die wollen einfach nur dieses knappe Gut. 20.000 pro Bitcoin, egal. 70.000 pro Bitcoin, egal. 5.000 pro Bitcoin, juhu. Von diesem knappen Gut, was immer auf die Gesellschaft gesehen knapper wird, wollen die einfach so viel haben, wie es nur geht. Und das ist das, was Satoshi erzeugt hat. Regeln, die genau das erzeugen. Regeln, die dafür sorgen, dass Bitcoin unweigerlich immer erfolgreicher wird. Es gibt nichts, was ich als realistisch erachte, was Bitcoin noch stoppen kann. Kein realistisches Szenario. Ja, da können Blackouts kommen und so, dann funktioniert Bitcoin drei Tage nicht. Alles klar. Aber für eine funktionierende Gesellschaft, für die Zukunft, ich sehe nichts, was Bitcoin stoppen kann. Ja, nichts. 길 recherchieren. Untertitelung des ZDF, 2020